Klar, aber jetzt ist mal nur die Sachen dran, die wir auch wirklich brauchen und dann auch noch für später für die ganz schweren Sachen, dann vielleicht für eine richtige heftige Horde, wer weiß, wer weiß, was auf uns dann noch zukommen wird. Also ich hoffe, dass dann auch fette Horden auf uns zukommen. Ich hoffe es. Also wenigstens eine fette Horde, also eine richtig, richtig massive Horde, wo du durch Sachen kraxeln musst, weil sonst kriegen sie dich mit dem ersten Gameplay Trailer. Also das würde ich abgrundtief feiern. Wenigstens die letzte Mission. Da können wir uns dann natürlich noch voll aufdrehen. Das wäre schon geil. Sonst, sonst schwer zu sagen, was ich ganz ehrlich sage. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht... Sagen wir es so, ich weiß, das hat alles dann noch für später ein Sinn, aber ein bisschen strecken. Ich finde es strecken total. Ich finde jetzt, jetzt strecken es schon ein bisschen sehr stark. Und obwohl eigentlich die ganze Zeit du bist, wie du willst, weiter, 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 aber... Es ist nach der Zeit, dann muss man auch sagen, wenn du es jetzt die ganze Zeit durchspielst, ähm, durchspielen würdest, wir steppert. Ganz ehrlich, da wir steppert. Weißt, was immer, dich wenigstens am Ball halten müssen, aber... Es ist schon geil gemacht. Es ist schon geil. Und es ist auch gut, dass es eher strecken wird. Dann ist es sonst wieder vorbei, oder? Dann wirst du wieder traurig, weil es vorbei ist. Weil es so ein geiles Game ist. Weil ich, ich weiß, ich weiß mich jetzt schon. Wenn ich jetzt schon fertig bin damit im Spiel, und das ein oder andere da macht, dann bin ich wieder enttäuscht. Dann bin ich schon wieder fertig. Okay. Schauen wir uns mal auf. Da haben wir schon mal. Wow! Funktionierendes Bike benötigt. Alles klar. Anscheinend. Oder haben wir da was? Da ist doch eigentlich, wir brauchen nichts. Das ist doch mal 8 Uhr wehende, ne? Eigentlich. Ja, dann nehmen wir unser Bike halt wieder. Wer hätte ja auch wissen können, dass wir das Bike brauchen. Eigentlich. Damit wir ja dann wahrscheinlich ein davonfahren oder was immer. Okay, mal sehen. Was ist hier los? Weiter geht's. Der wird Sicherheit davonfahren. Ah, der ist ja. Der ist ja. Der ist ja. Ich will lieben uns. Okay. Na los, du Arschloch. Verdammt. Nein! Der hat doch schon seine Freund. Das ist super. Komm mal. Hören Sie mir zu. Ich hab nichts getan. Wie er sich doch so ausredet. Geil. Und ihn doch anfunkt. Übelst nice. Oh, shit. Ah, shit. Ihr Arschlöcher. Fuck. Schaut noch gut aus. Ui. Ui. Aber unsere Sachen schauen nicht gut aus. Die Bike können's mehr gehen. Uuuuh, perfekt. Oh, yes. Ah, Mist. Ah, schon wieder. Fuck. Oh. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Steig raus, du Wichser! Mach die Scheiße wieder ganz! Nein! Wieso tut der Wichser nichts? Gibt's ja nicht. Ist das so, ist das so schwer verlangt, dass man da einfach nur diese Scheiß-Bag-Repariert? Ist das zu viel verlangt? Ah ja. Mhm. Na gut, da wissen wir wenigstens schon mal, dass wir es mal ganz machen, die Reparatur. Ah ja. War ja klar. War ja so klar. Warte. Ich hätte mir jetzt eher gedacht, dass wir ihn schwer verletzen, aber gut. Schieß aufs Bike, Dick! Schieß aufs Bike! Lass ihn nicht entkommen, Dick! Wir sind auch froh, dass wir eigentlich genug Schuss auch machen. Weil... Das ist auch Arsch. Wenn wir nicht genug Schuss... Na ja, ist eh klar. Ja, ich probiere es eh, aber ihn einzuholen ist jetzt auch wieder... Arsch! Jetzt müssen wir den einmal wieder einholen können und dann ist er sowieso schon wieder mein, ja? Aha! Und wie weit kommt er jetzt auch, der Wichser? Passt. Immerhin. Also jetzt auch wieder... Ja, gehen... Wow, wie viel Hund er jetzt bei sich? Es sind eh nur zwei. Es geht noch. Es geht noch. Es geht noch. Hier ist was zu geil... Ich habe auf nachladen. Ich glaube, den Einwuchs haben wir jetzt auch schon los. Nicht schlecht. Komm, 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 komm. Fuck. Nee, es gibt's nicht schon wieder. Schau, der will das nicht reparieren. Wieso will der das nicht reparieren? Das gibt's ja nicht. Wieso kann man nur so ein behindertes Arschloch sein? Ganz herrlich. Ich versteh nicht, wieso der das nicht reparieren lassen will. Na gut, auf ein neues. Auf ein neues. Diesmal stellen wir aber das Motorrad genau an die andere Seite, damit wir gleich losstarten können. Und den vielleicht noch von hinten ein bisschen treffen können. So, so ist besser. Weißt, ich versteh aber nicht, wieso der dann halt keinen Schaden abgibt. Nee, du musst ihn unbedingt auf dem Motorradlmeier machen. Versteh ihn halt. Jetzt gebe ich einfach nur Vollgasäule. Das ist besser. Puh, puh, so klapp. Das wird's knapp. Fuck. komm schon komm schon komm schon ja nicht berühren lassen jetzt müssen wir ganz genau sein ganz genau müssen jetzt sagen gleich da nicht irgendwie jetzt so noch schnell ja genau gott sei dank gott sei dank ihr wichser verpasst euch ja man auch noch mit so wenig schuss so knapp scheiße freut mich auch mein freund fahrt mir ok was zum fadenflucht ist das eine aber man muss nicht auch noch zwei leute das mit bitte ich ich sag dir wo das zeug ist Oh, nice. Oh, was? 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 Ich hab ihn, äh, lebend. Übertrage Koordinaten. Oh, das ist jetzt nur ein Irgendwas, wo ich da jetzt kenne. Irgendwas, was Interessantes vielleicht. Oh. Ja. Jetzt ist der Motor kaputt. Ah, hab ich so wenig Schrott, oder was? Ich nehme mal an, wir haben keinen Schrott mehr. Das war auch noch nie passiert. Ja, lass, lass ihn mal rollen. Meier. Vielen Dank.